Willkommen zu einer neuen Among Us-Folge. Ich weiß nicht, was heute passiert. Ich habe auf jeden Fall Lust, wir grinden rein. Vlesk, Terste, Ludatic, Bart, Shorty, Lomenti, Burrito, Dalo, Katzakuri, Timhorus, Shushu sind alle dabei und RXZ. Ich freue mich und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, was heute passiert. Vorbeigelaufen. Lass einen Daumen nach oben da. Über Kommentare würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, kommt auf www.wish.tv. Meine Community sagt euch auch wieder Hallo. Wie süß. Beziehungsweise seid ihr eh alle gerade da live. Also, kommt vorbei, wird geil. Let's go. Reinen Lachs. Und lasst ein Abo da. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo. 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 Guten Abend. Viel Spaß. Tut mir nichts, ich bin neu. So. Nice Gesser. Oh, sehr gut. Ich bin ein Scheiß Gesser. Also, ich muss jetzt erstmal guessen, wer nice ist. Nice Gesser bedeutet, ich muss gucken. Ähm, alter Pierre, ey. Ähm, ich muss, ich lese, ich lese es dann immer laut vor. Vielen, vielen Dank. Du bist einfach verrückt. Ähm, nice Gesser ist quasi jemand, der muss immer entscheiden, wer ist ein Imposter und das dann während den, ähm, während den Calls oder während diesen Notfall Calls dann quasi entscheiden, wer könnte denn wer sein. Ähm, genau. Deswegen vielen Dank an Pierre, du bist einfach nur verrückt. Der liebe Pierre hat dir einfach gerade mal, äh, wieder 20 Subs rausgehauen. Dankeschön, du verrückte Nudel. Vielen Dank. Sometimes all I think about is you. So, ich bin wieder zurück. Was haben die denn für krasse Skins einfach nur noch, ey? Das ist doch crazy. Ah, da unten. Ist doch insane. Was machen die da eigentlich? Alter. Sometime all I think about is new. Late night in the middle of June. Oh Gott, jetzt sterbe ich, 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 jetzt sterbe ich. Ah! Okay, ich bin nicht tot. Yes! Amos survivor! So. Da, 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 da. Oh. Da ist eine Leiche. Ich stelle mich einfach mal mit drauf. So. Okay. Was geht hier ab? Ähm. Oh Gott, Hilfe! Ah! 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 Da wird es gleich wieder. Ah! Nein! Du bin nichts, du bin nichts, du bin nichts! Oh Gott! Oh mein Gott, was geht hier denn ab? Kann man schnell die Scheiße hier reparieren? Ich will hier mal kurz reinlunzen. Ich will kurz runtergucken, was passiert ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. geht das Licht wieder? Hier ist ja nichts passiert, Mann. Hier ist ja nichts passiert. Was ist denn das für eine kranke Scheiße hier eigentlich? Ich komme mal mit denen mit. Ich hoffe, die töten mich nicht. Ich hoffe, die töten mich nicht. Oh Gott, bitte. Bitte tut mir nichts. Bitte tut mir nichts. Bitte tut mir nichts. Bitte tut mir nichts. Ich habe Scheiße auf dem Kopf. Oh Gott. Nein, oder auch nicht. Ich habe auf Report gedrückt von Naso. Kann mich mal jemand aufklären? Was? Am ersten Meeting? Einfach. Ich habe gerade auf Report gedrückt und in der Sekunde kommt einfach der Defeat. Franzi, was hast du gedacht, wo du in den Spacement reingegangen bist und da ca. 10 Leute stehen? Ich habe mich nicht gesehen. Hast du vier Leute einfach weggemammt gerade? Ja. Wie? Wir haben in Spacement die Leichen. Ich habe gerade Vampire Survivors aufgemacht. Ich habe mir so, das wird eine lange Runde und dann so, Witcher wins. Ich habe nur gesehen, dass jemand gegessen hat, aber ich komme so ins Essen und dann ist einfach so Blast Leiche. Blast ist an mir zerplatzt, glaube ich. Der Walscher gewinnt, wenn man vier Leichen isst, dann ist es da unten. Mit Essen kenne ich mich aus. Ach so, Warlock Hill. Ah. Ja, ja. Ach so, ich dachte hier, Baso oder Sakuri hätten einfach gekillt so. Ich habe mir gedacht, sie hat gekillt, ja. Nee, ich komme so rein. Blast guckt mich an, zerplatzt an mir. Oh, Kierin. Ich stelle uns Messiemen, Linda und Sakuri waren auch da. Ich zerplatze und Sakuri. Dann stehen die beiden da, guckt mich an. Dann kommt hier so Knu noch dazu. Die guckt dann auch ein bisschen. Dann kommt der erste rein. Nee, ich war auch noch da. Und dann kommt Lumenti noch und dann kam Lunatic. Das war die dritte, die reinkam. Ich dachte mir nur so, joa, ist echt scheiße, als erster Kill zu werden, was? Ja, okay. Ich habe einfach in die Mengen reingeschossen, sorry. Ich war ganz normaler, normaler Crewmate war ich gerade einfach. Crewmate. Geil. Ich habe auch eine ganz kurze Frage, weil bei mir stand Sheriff, jetzt steht aber bei Tim Hores auch Sheriff. Und ich konnte auch nicht schießen. Ich konnte nur reporten. Bei mir stand Sheriff, ich war Crewmate. Also bei dir steht immer nur Sheriff. Ich war Crew, Crew, Crew. Oh, ihr hattet vielleicht einen Schiff-Tabak oder so? Keine Ahnung. Ja. Mal gucken, ob das nochmal passiert. Also ich war auf jeden Fall Sheriff, aber ich konnte nicht schießen. Lol. Deswegen habe ich so gewiggelt. Ich dachte auch so, jo moin. Shorty, du warst der Ewig-Gesser, ne? Ja, ich war Ewig-Gesser. Ja, ich habe statt Wänden sehen. Ich dachte mir, okay, am Beispiel der Spy ist. Wird easy. Ja, und dann hat Franzi gewonnen. Das ist super ärgerlich. Ich wusste sogar tatsächlich, dass Luni wahrscheinlich Vulture ist, aber ich dachte nicht, dass sie so wie sie gegessen hat. Deswegen hat sie gesnackt. Das sind echt schlimm. Franzin, Franzin, Luni in Lumi. So, das ist eine Verstaubung. Ich sprühe mir die Hände einfach. Oh, Mann. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Sometimes all I think about this Gnu. Okay, was bin ich? Sia. You will see players die. Oh, was? Ich sehe, wie Menschen sterben. Ich hatte doch schon mal Sia. Das kann ich tun. Ach so, ich sehe, wie Menschen gestorben sind, ne? Oder? Was kann ich sehen mit Sia? Oh, oh. Es wird schon wieder direkt dunkel. So. Lass mich erst mal ankommen. Lass mich erst mal ankommen. So. Wunderbar. Mod, was ist das hier oben? Ah, mein Bildschirm flackert, wenn jemand stirbt. Und was ist das hier oben mit dem Mod? Okay. Mein Bildschirm flackert. Ist noch niemand gestorben. Was ist, wenn ich gerade in der Task bin? Flackert der dann auch? Boah, es ist laut. Oh, oh. Oh, oh. Nein, geht weg. Nein, geht weg. Ah! 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 Geht alle weg! Ah! Geht alle weg! Ah! Niemand gestorben. Nein, Hilfe! Er will mich töten. Nobody's dead. So gefährlich hier eigentlich. Ich komme in so eine komplett integrierte Gruppe rein. die mich alle irgendwie so als Snack sehen. So nebenbei. So, vielleicht bringt mich hier jemand um und der Mann an der Kamera sieht's. Das wär lustig. Sometimes I think it bad is new. Ich glaub, die spielen schon alle zu lang, um aus sowas reinzufallen. Da steht schon jemand verdammt lang an dieser Task. Das hab ich gesehen. Oh, oh, ist jemand gestorben. Somebody's died. Somebody's touched in my pocket. Ist jemand gestorben? 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 Es ist jemand. Hä? Oh, stu! Scheiße. Oh, oh. Zwei Leute sind verhext als ob. Oh, scheiße. Das gab's noch nie. Das Problem ist, ich darf ja nicht sagen, wer ich bin, sonst werde ich ja getötet. Das muss ich gewesen sein. Ich bin die ganze Zeit gehandkauft. Ich kann hier kein Handy. Ich kann hier kein Handy. Nun hätte ich ein Deputy. Nun hat, äh, Gedingens, ne? Ja. Ich, ähm, wollte einfach nur mal sagen, wie schön ich's find, dass ihr mich immer in eure Gruppe einladet. Oh. Schön, dass du hier bist. Gerne, Gnu. Gerne. Du musst du Christ tanken. Und jetzt, Jester Wynn. Ich glaub eher, dass NU vielleicht selber Witch ist und dann dachte vielleicht, wisst ihr, sterben jetzt zwei Leute. Nee, nee. Glaub ich nicht. Glaub ich auch nicht. NU ist einfach extrem verpeilt. Ich erklär's euch später. Jeff, Jeff, wer war bei dir alles? Wer könntest du sein? Vivi oder Shorty bin ich mir. Irgendwie einer von den beiden. Okay. Wir sind uns aber gar nicht so lange gecrossed. Doch, in den Camps. Also, ich hatte Bad bei mir und ich weiß nicht, wer am Admin-Panel da gerade noch mit stand. Äh, ich war am Admin-Panel bei dir. Äh, Burrito. Vorhin mal. Wie lange brauchst du eigentlich, um eine Temperatur einzustellen? Ja, ich muss es 60 Grad hochstellen, ja. Also, das dauert halt so. Das geht aber schneller. Ich dräng mich an das nächste Mal. Tim Horus. Ja. Warum hast du vorhin so lange komisch gegen die Wand geschaut? Pass auf. Ich würde es übel feiern, wenn wir Gnu ausvoten. Oh, okay. Und Gnu gewinnt. Würde ich super feiern. Okay, Flask und Darluka tut was. Weil Nice-Gester eventuell wird doch Vivi machen. Muss doch Jester sein, oder nicht? Nein, tust du nicht Nice-Gester. Vivi habe ich nicht gesehen. Okay, okay. Ich bin wirklich nur Bart oder... Aber der Nice-Gester wird doch dann sterben, Vivi. Ja, der wird sterben. Deswegen sage ich, Ja, mach es nicht, sonst ist er raus. Ja, aber ist auch für dich doch dann kein Problem, oder? Ja, aber ich bin es halt nicht. Was wollt ihr denn guessen? Ja, Witch, die Witch muss raus, sonst stimmen wir. Ach so. Gessen die Witch. Guess einfach auf Burrito, Mann. Der hat doch ein Witch-Outfit. Ich bin es nicht. Hä? Nein, ich bin Magier keine Hexe. Nein, nein. Magier und Tex ist was anderes. Verbrennt die Hexe. Burrito ist ein Zauberer. Warum ich? Oh mein Gott. Double Kill. Geil. Ui, 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 ui. Ich habe ja ganz... Ich habe ja ganz vergessen, dass ich gar nicht meine Rolle sagen darf. Was hat jetzt mal geblinkt? Und was macht dieses Psycho-Eichhörnchen hier? Ähm, ich habe ja... Es hat ja einfach nur geblinkt und ich wollte es mitteilen. Das darf ich ja nicht sagen. Jetzt bin ich direkt tot, ne? Also, das muss ich denen nachher mal erklären, warum ich da jetzt... Das war jetzt ein dummer Grund zu sagen. Ich habe euch alle lieb. Aber egal. Let's go. Ich bin ein Seher. Ich sehe, wenn es flackert, dass jemand gestorben ist. Aber wie kann ich denn jemandem mitteilen, dass ich Seher bin, ohne dass ich mitteile, dass ich Seher bin? So. Oh, hi. Wer ist denn eigentlich das Gelbe? Ich würde schon immer blond sein. Ey, komm her, Blondine. Oh, da ist jemand tot. Warte mal. Was bedeutet das? Da liegt jemand. Ach, hier ist der gestorben, ne? Kann ich da irgendwie den Geist noch zurückrufen? Hier wurde der ermordet. Ah, das sehe ich also. Okay. Oh, Hilfe. Oh Gott, es ist wieder jemand gestorben. Es ist wieder... Es sind zwei gestorben! Oh mein Gott, und ich kann nichts tun! Oh, mein Gott, und ich kann nichts tun! Es sind zwei tot! Oh, das ist aber jetzt awkward, weil die beiden gerade zusammenstanden. Ja, die, weil wir... Ich hab Bart reportet und er liegt in Kroms. Oh, einer muss gegessen worden sein, oder? Vlesk ist nämlich gerade auch Richtung Bart gelaufen. Bart war, ähm... Download in Weapons und dann ist Vlesk nach links. Ich bin nach Admin-Panel. Bist gerade Dalu gewinnt oder Gnu? Keiner ist gewinntet. Ich hab vier Leute in Lab gesehen. Wer war denn alles da? Der erste? Äh, Gnu, Dalu, Tim Horus. Und der erste? Ich bin aber jetzt im Festival. Der erste hab ich nicht gesehen. Ne, ganz, ganz, ganz am Ende. Ich hab auf Admin-Panel eine halbe Sekunde vor Runden Ende... Ich bin grad rein. Ich steh an der Temperatur. Ich war vorher tatsächlich in Koms, aber da war niemand. Ähm, ich weiß nur... Einer war Specimen, der ist auch raus. Ach, Lumenti ist auch tot. Ja, das bin ich, das bin ich. Also du bist Specimen? Ja. Ja. Dann sind vier Leute in Laboratory, die sollten auch raus sein. Einer war in Oxygen, glaub ich. Oxygen, was ist das? Also O2 meint der, ja. Das war ich. Und den Rest, ja, der war halt nicht auf der Karte, der war irgendwo dazwischen. Lumenti wurde uns gepriegt, ja? Ich war vorher auch in Ad-Office und hab beim Admin-Panel gesehen, dass... Bei mir waren damals noch drei Leute im Lab, bin links rausgelaufen. Da ist mir Terce, glaub ich, entgegengegangen. Der ist runtergelaufen. Ich bin quasi rausgelaufen zu O2, beziehungsweise wollte gucken, ob in Koms eine Leiche liegt, weil da halt einer war. Ähm, ich hab vorher aber auch nicht Lifeline geschaut, weil ich da vorhin Specimen war. Ähm, und dann, wie gesagt, hab ich direkt reportet, als ich reinkam. Aber ich hab auch nicht gesehen, wo die Leiche lag. Hat jemand auf Lifeline geguckt, die Runde? Ich hab vor 10 Sekunden oder so vor 15 vielleicht auf die Lifeline geguckt. Ich war auch im Admin, da kamst du gerade aus Specimen unten raus, Shorty. Ah, okay. Und da hab ich auf die Lifeline geguckt. Also so vor 15, 20 Sekunden war noch keiner tot. Also die Kills müssen relativ frisch sein. Ja, ich bin den beiden auch gerade eben noch begegnet. Die sind wirklich schlecht. Ich glaube, der muss... Weil einer muss gegessen werden. Ich glaube, es war ein Self-Report. Weil Lumenti wurde gegessen. Okay. Wenn ich das richtig sehe, würde ich auch sagen, Vivi und Shorty müssen auf jeden Fall beide irgendwie böse sein. Ja. Wieso denn? Wieso? Eine Off-Chance ist noch bei Burrito bei. Also Vivi war auf jeden Fall ohne Webmation. Ich glaube, es war ein Self-Report. Ja, und ich bin dann nach O2 gelaufen. Na. Ich bin auf den Colt, also... Aber wenn das Licht ist, warum soll ich denn einfach Self-Reporten? Self-Report... ...ist kein Mord. ...ist kein Mord. La, 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 la. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 la, 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 la. I'm covering my ears like a canoe. Hmm. Sage Menschen, dass du sehr bist, ohne ihnen zu sagen, dass du sehr bist. Ich chill mir halt vom Report-Button und wenn jemand stirbt, sage ich immer tot. Oh. Scheiße. Scheiße. Scheiße, ich kann nicht drücken. Warum kann ich nicht reporten? Has Emergency Meetings left? Null. Ich darf nur einmal drücken. Es ist aber jemand gestorben. Es ist jemand tot. Es ist jemand tot, Dalu. Es ist jemand tot, Dalu. Drück den fucking Button. Oh Gott, ich glaube, ich bin jetzt tot, ne? Ah. Ich kann nur einmal drücken, oder was? Das ist ja doof. Ich verstecke mich jetzt. Ich komme. Einer ist tot. Okay. Hallo? 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 Ich wollte gerade das Internet wieder anmachen, aber der Strom ist ausgefallen. Nein! Nein! Patastrophe! Und danach, als ich dann da rausgehen wollte, lag da wer. Scheiße. Ich sehe tote Menschen. Könnte gestolpert sein, während dunkel war. Also bei Coms, meinst du? Ja, ja, bei Coms, ja. Da lag aber noch eine angefangene Cola auf dem Tisch und ein Stück Pizza. Was für eine Pizza? Weiß ich nicht. Ich habe nicht geguckt. Ich wollte den Mordreport. Das hätte halt ein guter Indiz sein können. Ich habe eine vage Vermutung, weil Burrito hat einen Stab, damit kann man gut jemanden zum Stolpern bringen. Verbrennt die Hexe, ich wusste es. Burrito war, glaube ich, gerade im Lab, oder? Kann es sein? Ja, ich bin nach Lab, ich habe die Lifeline gesehen bei Medbay und dann bin ich nach Lab. Weil ich habe auf Upwind zwei Leute, zwei Leute Electrical, zwei Lab und dann drei Coms gesehen. Und dann bin ich am Atmen, ja, ja, genau. Ja. Und dann bin ich nach Medbay, habe Shorty Talk gesehen. Und drei Leute Coms. Ich glaube, Franzi war noch Coms. Franzi, hast du da noch was gesehen? Nee. Ich habe eine Frage. Was habe ich gesagt? Ja, Lifeline, genau. Ich bin nach Medbay gelaufen, um Shorty zu suchen, so irgendwas. Tim, du bist da ins Lab reingelaufen. Warst du vorher ein Admin? Nein, ich bin ins Lab reingelaufen und dann runter... Das ist kein Juck, dass ich eine Frage habe. Darf man eigentlich nur einmal reporten? Ja. Also darf man nur einmal den Button drücken? Ja, einmal auf den Button. Ach, ja. Wer hat denn das eingestellt? Okay, Franzi. Hallo, Jan. Als du in den Coms warst, was hast du denn da gesehen? Weil ich war ja halt am Download. Was war denn da? Dass du da warst. Eine halbe Pizza, eine angefangene Cola. Ein Roastbeef. Ein Hühnchen. Eine Pizza. Nein, ich meine heute Morgen. Nee, ja, mehr war da nicht. Da war keine Leiche und... Ich versuche, den Zeitraum einzugrenzen. Luciana oder Leo Hurricane, ich glaube, du hast jemanden geblockt, der gerade nur verbrennt die Hexe wegen mir zitiert hat. Bitte entblocken. Nee, ich bin für Zauberhut, Tim. Nee, ich bin für Tim. Dem wächst so ein Parasit aus dem Kopf. Siehst du? Das ist nicht gut, Tim. Ja. Nur weil der Augen hat, ist der nicht zauberhaft. Der ist sehr zauberhaft. Der lächelt immer so schön. Der freut sich. Ich glaube, es ist vorbei jetzt. Also, gleich. Okay. 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 Hup. So. Jetzt. Komisch. Das darf man noch... Ach, jetzt darf ich ihn gleich wieder nutzen. Oder ich darf ihn gar nicht mehr nutzen. Ach so, da sind die beiden gestorben. Ich sehe, wo die gestorben sind. Oh. That's interesting. Oh. Oh. Aber die beiden rennen zusammen rum. Das ist vielleicht dangerous für mich. Also, ich sage denen, es ist einer gestorben. Ich sage denen die ganze Zeit, dass einer gestorben ist und keinen juckt's. Holy shit. Jetzt sind wir dead. Wie viele sind denn hier schon gestorben? Scheiße. Wo ist der eine gestorben? Verdammt. Wir sind tot. Wir sind tot. Es ist einer gestorben. Ja. Ja. Ach nee, Mensch. Ja. Es wird eng. Es wird eng. Freunde, die Leiche liegt im Lab. Oh. Ähm. Es wird eng. Ja, ich kann ein paar Leute rausnehmen. Und zwar, äh, Gnudrun, ähm, Burrito, Baso. Lacht ihr da? Same. Same. Und ich würde auch eine Person, eine Person, also, so ein bisschen in den Sass drücken. Und zwar hat dieser jener, jenige blonde Haare. Die Blondine war's? Ich wusste es. Äh, nee, das kann, äh, das kann gar nicht sein. Hey, blonde Haare, ich rede von Dalu-Card. Nee, erzähl mal weiter, ich kann's, ich kann's gleich, also, wo liegt die Leiche? Ja, also rechts oben bei den Reagenzgläsern. Ja, da war ich ja nie. Ja, doch. Also, ich war, nee, nee, ich kann, Franzi, sag was. Ich sag was, Dalu war's nicht, ich war's. Ich habe auch Shorty getötet. Ich war, ähm, Deputy, hab, äh, Dalu am Anfang der ersten Runde immer Handschellen angelegt. Das ist true. Ja, ich glaube, Dalu hat nichts gemacht in der ersten Runde. Ich habe Shorty getötet, weil ich zum Sheriff befördert wurde. Jetzt habe ich Vivi getötet. Ich stehe auch gerade am rechten, äh, es heißt, Mick heißt das, glaube ich, und lege schon meine Hand drauf. Aber ich wollte das halt nicht wollen, weil ich nicht wusste, ob wir den Evil Gasser haben. Da jetzt potenziell zwei Böse getötet wurden, hoffe ich, dass ich den Evil Gasser raus habe. Ansonsten sehen wir uns, ich bin Sheriff. Ich kann das mit den Handcuffs bestätigen, weil ich wurde am Anfang zweimal in einer Runde gehandcuffed. Ich kann diese Aussage, die Aussage kann ich bestätigen, weil ich war ja bei euch und ihr seid immer im Kreis gelaufen. Ja, aber dann bleibt doch nur Tim übrig, oder Terste? Gnu, Basso, du, ich waren die ganze Zeit Dingens. Egal, was passiert, die Hexe wird gevotet. Ja, aber das würde ja bedeuten. Die Runde ist halt keiner von euch das, weil ich habe sowohl Vivi als auch Shorty getötet. Warum hast du Shorty gekillt? War die so sass? Ja, es wurde gesagt, Shorty oder Vivi sind Imposter. Dann habe ich gesagt, Vivi war ja sowieso sass, aber Shorty war ja. Ja, dann habe ich einfach geschossen, um zu gucken, was passiert. Danu hat auch gesehen, wie ich auf Shorty geschossen habe. Ja, und danach bist du mir hergelaufen. Ich habe das am Anfang echt vergessen mit dem, mit den Handsträgen. Achso, ich dachte, deswegen hast du dich reportet, Nick. Ja, ich dachte, warum killst du neben mir? Ich dachte, du willst was machen. Also, ich glaube euch mal, das klingt schüssig. Ich habe auch am Anfang gesehen, wie ihr recht viel aufeinander... Aber jetzt ist die Frage, woher weiß ich, dass ich Handschellen dran hatte? Hm. Hast du dir ausgedacht? Weil du Fifty Shades of Grey magst. Woher weiß ich das? So. Okay, ähm... Ich werde sehen, wenn jemand stirbt. I will know. Du brauchst gar nicht mit mir, den aufzukuschen. Ich gehe jetzt hinterher. Ich muss doch einmal einen Mord irgendwie sehen, ja? Ich habe hier die ganze Zeit nur diese Todesschübe. Ich erzähle es denen auch die ganze Zeit, weil bevor irgendwas passiert, sage ich denen schon, wer es war. Also, irgendwie verstehe ich das nicht. So. Gut, Tür ist zu, ich bin sicher. Aber irgendwie glaube ich, dass Dalu und die Trollen. Und zwar beide. Oh, da sind ganz schön viele schon gestorben, ne? Oh, jemand ist gestorben. Jemand ist gestorben! Nein! Ich habe es schon wieder gesehen. Ich komme auf diese Rolle nicht klar. Jemand ist schon wieder gestorben. Oh nein. Da liegt der Body. Aber ich muss erst mal das Licht anmachen, das ist wichtiger. There's a dead body in here. I can see it clear. Warte, wenn noch einer stirbt, dann drücke ich, okay? Oh. Dann gucken ein paar Strähnen raus. Ich war am Arbeiten. Konnte der reported werden? Da war ich doch drauf. Okay. Ja. Dalu war es nicht. Ich habe wieder eine Leiche gefunden. Ähm. Ja, ich kann Burrito rausnehmen. Der war nämlich an Lifeline, als der Kill gefahren ist. Ich glaube, ich weiß auch, wer hier auf jeden Fall keine Crew ist. Genau 30 Sekunden halt. Also, ich weiß, glaube ich, wer hier kein Gnumate ist, äh, Crewmate ist. Ähm. Äh, ja. Also, eine Person hat die Leiche auch noch gesehen. Vielleicht will die ja noch was sagen. In Electrical. Warst du derjenige, der in Camps war, Terce? Nee, das war Tim wahrscheinlich. Oh. Ich war in Camps. Nee, nee. Wenn die 30 Sekunden alt ist, weil ich bin gerade in Office reingegangen und da war die Kamera an. Ja, ja, ich war in Camps. Oh, okay. Ja. Ähm, wir fragen einfach mal, Gnu, wo warst du denn diese Runde? Ich war auf der Leiche. Ach so, ja. Das habe ich gesehen. Haben wir hier einen Evil Gesser drin? Nee. Also, jemand, Darnu, du musst doch wissen, was ich bin. Äh, nee. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich muss meine Rolle, den irgendwie, mitteilen, ohne ihnen zu sagen, dass ich meine Rolle mitteile. Und ich habe es so oft. Das ist super spät. Darnu! Oder ihr anderen, ihr müsst es doch wissen. Ich habe es doch so oft angedeutet. Was bin ich? Gnu, was bist du denn? Ich habe Angst, es zu sagen, weil der Darnu mich bestimmt gleich umbringt. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich wollte noch was anderes abwarten. Es hat damit was zu tun, warum ich am Anfang den Button gedrückt habe und dann gemerkt habe, ich sollte lieber die Schnauze halten. Boah, das ist voll schwer. Was denn? Darnu ist es safe nicht, weil Darnu war in Specimen, als der Kill gefallen ist und ich bin hier in den Laboratory noch gecrosset und da war ich gleich schon tot. Genau, aber danach war ich direkt an Camps. Ja, aber den Kill hast du, was du da gemacht hast, war ich nicht. Aber den Kill hast du auf jeden Fall nicht. Franzi, was habe ich denn da gemacht, als du mich da gesehen hast? Und deinen Haaren rumgespielt. Nee, gearbeitet. Aber der Kill lag schon jetzt für Electrical. Ja, aber ich war es wirklich nicht. Ich glaube, wir haben nur noch einen Bösen. Ja, hier, Franzi. Wenn du doch schon, Franzi. Schau dich doch mal hier als ein noch mal. Mach doch mal jetzt, Franzi. Komm jetzt. Ja. Das kann hier auch so eine 500 IQ-Runde wieder sein von Darnu, ne? So. Also. Mir wird bestimmt gleich noch mal jemand getötet. Wenn der Imposter schlau ist, tötet er mich jetzt nicht, weil er nicht möchte, dass ich vielleicht als Verdächtiger komplett rausfalle, wenn ich sterbe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Geht alle weg. Oh nein, ich bin tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht weg. Geht weg. Geht alle. Haut alle ab. Weg von mir. Weg, 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 weg. Nein, es machen die Lichter aus. Ich laufe nur noch. Es ist jemand gestorben. Okay. Es ist jemand tot. Gut, zwei sind gestorben. Franzi Scheriffs. Jawohl. Sehr gut. Ich war sehr, ich hab nichts damit zu tun gehabt. Ich wollte nämlich auch abschießen, aber dann hat sie mich schneller erwischt als Lichtausbau. Du bist wirklich Scheriff. Ich wusste, also. Hast du bis zum Ende gedacht, ich bin böse, oder was? Nee, es hätte ja noch sein. Also, als du mir die Hand schneide, das wusste ich, weil ich Security Guard bin und nicht arbeiten konnte. Ich hab die ganze Zeit versucht, Vans zuzumachen, aber es ging nicht. Du hast jetzt Baso geschossen noch, oder was? Ja. Ich dachte schon, dass er da jetzt gleich einen Mord begeht, weil ihr es so gebündelt habt. Aber stell dir mal vor, du wär Sidekick geworden, Franzi, und sag's dann, wenn ihr euch wohl in den Channel. Achso, ja. Gibt es eigentlich in jeder Runde immer ein Evil Gesser? Ja. Weil ich hab am Anfang gebuzzert, weil ich war Seher. Und ich wollte euch das freudig mitteilen, dass ich das gesehen hab. Ja, verraten hast du deine Rolle, als wir beide in den Toiletten da statt und du dir gerufen hast in Zweite. Und okay. Genau deswegen, ich wollte es euch irgendwie mitteilen, weil ich dachte, ich muss ja dafür sorgen, dass die Morde aufhören. Im ersten Meeting hätte ich sowas von als Nice Gesser als Jester weghauen und hätte mich vergesst. Ja. Sometimes I think about you. Nochmal. Let's go. Flächter Flasker, jetzt hieß mal auch mal mitspielen. Lässt ein bisschen länger leben jetzt. Ja, aber wirklich. Leute, schämt euch. Können wir uns am Anfang nochmal treffen? Ja, 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 ja. Boah, was, ich bin ja so viel. Ich bin Trickster, Lover und sonst was. Bin voll befordert. Was bin ich jetzt eigentlich? Machen wir erstmal Licht aus. Warte. Warte, Licht. Licht aus. Und dann töte ich einfach irgendwen. Oh, was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, ich bin so toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stehe auf Läsg, weil ich denke, ich beschütze ihn jetzt und er ist einfach umgefallen. Können wir alle die Runde neu starten? Können wir einfach den Dodo voten? Wer ist es? Ich war's, Mann. Sorry. Ich wollte nicht, dass er mir entgegenläuft. Wer ist Chester? Einmal kurz sagen, dann voten wir dich. Ja. Ich was? Nein, Gnu, wir wollten uns wirklich den Jester voten. Ich bin Trickster, Lover und Gnu-Drum, Mann. Ich hab aus dem Vles getötet. Gnu, es ist natürlich kacke, dass du Vles getötet hast, aber kannst du mich damit nicht reinziehen? Wann? Das hab ich verdient. Oder wir sagen alle Rollen. Puh, Puh, Puh. Jetzt haben wir alle aufgetötet. Ist der Evi gestern noch drin? Ich glaube, wir gestern noch. Oh nein. Ich bin da drin. Ich hab ganz verpeilt, dass er auch ein Lover ist. Gess mich mal Snitch. Gess mich mal Snitch, bitte. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Scheiße, Dalu. Nein, alles gut. Dalu, ich hab grad nicht gesehen, dass er auch ein Lover bist. Du, schön, dass du dich opferst, aber ich häng damit dran. Ich hab das nicht gesehen. Oh, Vles war sogar Jackal. Ich hab nicht gesehen, aber Vles ist mir voll die Linie gelaufen. Aber ich mach den Rollenkraufung. Aber ich kann doch auch Vles, wie kannst du das Ding getötet haben? Vles ist nicht getötet. Ich hab kein Gesicht gesehen. Oh mein Gott. Das war ja so gemein. Ich glaube, ich spiel lieber Jace. I'm so sorry. Da hat's kurz alles aus dem Körper rausgezogen. Ich hab gerade wirklich so 30 Minuten lang Lepro Survivors gespielt, während ich tot war. Ich komm rein, so ey, geil, wieder eine Runde. Zack, instantot. Entschuldigung. Ich hab nichts ausgemacht, hab nur gepressed. Das machen wir nicht. Einfach die Runde hochladen und dann die ganzen YouTube-Kommentarkiddos zum Hyperventilieren bringen. Ich hab's ja lustig, aber du hast das einfach so erzählt. Ja, gehst nicht mal los. Also Leute, wollen wir uns nochmal am Anfang alle treffen. Viel Spaß. Okay. Bitte seid keine Killing-Roll. Das ist ja lustig, ey. Aber ich kann sie jetzt, ich kann den Tim nicht töten, oder? Was bin ich denn eigentlich jetzt? Ich weiß es gar nicht. Oh, the misery. Everybody wants to be an enemy. Was ist denn Trickster eigentlich? Was kann ich denn als Trickster machen? Weiß es gar nicht. Oh mein Gott, zwei Leichen? Am Kaffeetisch einfach. Oh mein Gott. Alle, beide. Also, safe raus sind Vlesk und Shorty, weil die mit mir direkt an Navigation laufen sind. Okay, wen willst du erst? Jeff. Was? Warum? Warum? Ich hoffe, dass du Swapper bist und mich dann lettest. Aha. Ich hoffe, dass du Popper bist. Okay. Das ist eine interessante Dynamik. Das ist Bart-Level an. Nee, ich hab die Rolle gerade. Was ist da an Bart-Level? Meine Witze haben Niveau. Okay? Das sind wenigstens Wortanspielungen. Okay? Wann? Nur. Mann, ey. Äh, yo, Terz, wie bist du eigentlich in Security reingekommen? Ich versuch wirklich... Äh, von Medical aus. Ach so. Reagenzgläser, dann, äh... Dann rübergewendet schnell. Bitte? Und dann schnell rübergewendet. Warum soll ich da rüberwenden, wenn... Weiß ich nicht, weil ich nur Gnu hab in Security reinlaufen sehen, aber dich nicht. Und dann auf einmal laufst du aus Security raus. Ich bin mit ihr da. Terz ist doch mit mir zusammengelaufen. Der kleine Scheißhaufen, über den musste ich noch reden. Terz, du bist danach. Wir sind zusammengelaufen. I didn't see him. Na gut. Der kleine Kacki. Ja. Der kleine Kacki. Doch, tatsächlich. Er lächelt. Als ich am Wendt vorbeigekommen hat, hat's auch ein bisschen gerochen, muss ich sagen. Hm. Da war ich einmal gut. Das war ich. Einfach alle Bartniveau auf einmal. Aber falls wir einen Sorber am Kampf haben. Oh, your misery. Everybody. Everybody wants to be your man in me. Wir sind immer mehr K-Charakter. Ich feier das gerade vor. Nee, also ich würde Lumenti und Gnu sogar rausnehmen für den Kill. Ich nehm Schu-Schu raus. Nur Schu-Schu. Ja, ich nehm auch. Ich nehm Schu-Ti raus. Ich nehm Schu-Ti raus. Ja, Dalu nehm ich auch. Okay, sehr gut. Kannst du mich auch raus, Fanzi? Junge, der Jinx-Skin. Ja. Jinx-Skin ist echt geil. Das sieht ja komplett weird aus. Sieht aus wie so eine Yordle-Version, die so die Augen zusammenknallt. Wie jemand in meine Augen reingepiext hat. So leicht erzählt. Servlesk, auf was wartest du? Mein kleines... Ich wollte Burrito. Hallo. Hey, hallo, Alter. Kannst du auch mit uns so switchen, Fanzi? Jeff. Das war wieder Jeff. Oh, your enemy. Jeff, warst du eigentlich voll zu... Oh, misery. Everybody wants to be an enemy. Hey, ich hasse das. Ey, ich hab Haare. Geil. Sieht voll gut aus. Oh, your misery. Was soll denn das jetzt eigentlich? Everybody wants to be an enemy. Ich bin dein Trickster. Was ist, wenn ich jetzt die Box dahin place? Sehen die das? Bin mir gar nicht sicher. Oh oh, ist sie etwa jetzt lieb? Was wollen die denn alle von mir? Oh, ich glaub, er will töten, ne? Ich glaub, er sieht den epischsten Kill überhaupt gerade. Aber ich trau mich grad nicht. Was wollt ihr denn alle eigentlich hier? Was sind die denn alle so fickrig? Was wollt ihr denn von mir? Ach, hoffen die mir hinterher? Hä, warum hängen die mir denn alle am Hintern? Soll ich mir mal ne Kiste aus dem Arsch ziehen? Wollt ihr das sehen? Kann ich die Kiste jetzt placen und die sehen das alle? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die das sehen. Ich weiß aber auch nicht, ob ich grad jemanden töten will, um ehrlich zu sein. Oh Gott, ich will... Hier laufen einfach grad so viele Menschen rum, ne? Machen wir nochmal einen Download. Einen Upload muss ich auch noch machen. Ich seh ihn, wenn ich eine Kiste aus dem Po mir ziehe. Dann guck ich mal, ob ich jemandem zeige, dass ich grad eine Kiste mir aus dem Arsch ziehe. So, warte mal. Ich trau mich nicht zu töten. Die sind alle schon so extrem krass hardcore drauf hier. Ich guck hier mal rein. Hmm. Nichts Interessantes zu sehen. Aber ich versteh nicht, warum sie hier alle so... Okay. Was ist hier das Problem? Ich pupse mir jetzt einfach mal hier in die Kiste hin. Herrschte, ich hab mir in die Kiste hingefurzt. Wo ist denn jetzt meine Kiste? Handkauft. Hä? Wer ist denn jetzt? Handkauft. Hab doch gar niemanden Hand... Ach, jemand hat mich gehandkauft. Ah, jemand hat mich gehandkauft, damit ich nicht, ähm, nicht jemand töten kann. Ah, okay. Ich versteh's. Ich wurde gehandkauft. Interessant. Interessant. Terste, tu was, Mann! Oh, Double Kill. Oh, ich seh so viele Kills, Terste. Oh, Gott, ja. Alarm! Alarm! Hansi, es ist ganz frischi frisch. Ja, Terste, du bist von Mad Bay runtergewendet, um den Kill zu machen? Das ist ja krass. Äh, nein, ich bin, äh, von Kaffee runtergelaufen. Und dann bist du vor mir in dem Raum gewesen und hast nicht reportet. Reportet? Das ist ja krass. Ich wollt grad reporten, weil ich grad oben von den Tasks kamen von der Kill. Nein. Aber unten ist halt der Button. Ich, keine Ahnung, ich hab nichts gesehen, so. Nein. Was hast du denn gesehen? Weil ich bin grad von oben runtergelaufen. Ich hab gesehen, dass du auf der Leiche standen und eigentlich Richtung von Leiche weggelaufen bist. Oh. Die Leiche war schon so halb hinter dir. Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Ich bin tatsächlich runtergelaufen. Ich bin auch jemandem gekreuzt. In Kaffee. Jodano, kann es sein, dass du vorhin am Vent gebrochen hast, als du drin warst und so einen pinken Schutzanzug anhattest? Hm, warum mit pinken Schutzanzug? Nein, nein, nein. Ach so. Nein, nein, also. Ach so, ich verstehe. Ach, Lumi. Ja, jetzt wollte ich ja nicht gerade kommen. Terste, du bist nicht zufällig auch Ingenieur, oder? Also, da wäre jetzt ein richtig guter Punkt gewesen für mich, um einen Joke zu machen. Nein, Bart, du musst nicht. Okay, Lumi, ich bin nie aus dem Wend raus, tatsächlich. Das wusste ich jetzt. Terste ist zu mir reingehüpft und dann im Netbeam war wieder rausgelaufen. Nein, Freunde. Auch wenn der Wend müffelt, ich war's nicht. Okay, dann war das eine andere Bläufigur mit einem Kackhaufen auf dem Kopf. Ach, Mann. Katastrophenrunde wieder. Ich bin doch eh von dem Kaffee runtergelaufen, heute. Also, dass er runtergelaufen ist, das kann ich mir so davorstellen, das will ich mir nicht ausschließen, aber trotzdem standst du auf der Leiche und du hattest keine Anzeichen gemacht zum Report. Ja, ich war so überfordert, weil ich... Nein, Terste. Du bist bei mir 72 und bist überfordert, mit der Leiche in Elektrically. Ich hab auf E anstatt auf R gewollt. Krass. Ja, ehrlich jetzt. Also, gefettfingert. Ich hab ein bisschen dickere Finger. Um da jetzt vielleicht noch mal was mit einzubringen, ich kann Burrito für das Ende der Runde komplett saven und Franzi für die Zeit, in der das Licht ausfällt, die ganze Zeit, weil wir irgendwie im Kreis gelaufen sind. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben, aber... Ich hab Fangen gespielt. Ah ja. Also. Ach komm. Ich hab nur ein bisschen mit meinen Schwänzen gewidelt. Ich war's wirklich nicht. Ich kam oben von den Tarsen. Oh, jetzt hatte ich. Ich sag es nicht, Bart. Du musst es nicht tun. Ach, Mensch. Seid ihr eher so. Jetzt würde ich... Ja, jetzt ist noch was. Ich kann Terste noch ein Kill. Ich werde euer Vertrauen auch nicht brauchen, okay? Als ob ich der Einzige wäre, der zweideutig denken würde im Leben. Ich bin nur der, der es ausspricht. Wollen wir jetzt nochmal am Anfang treffen? Gerne. Irgendjemand war nicht gemüde grad? Ja, das bin ich. Ich muss so lang. Ich verstehe den Joke jetzt. Hä? Wir können jetzt zuerst roten. Schon witzig. Ich weiß nicht, warum der Action noch am Leben ist. Was war das jetzt? Was war denn das eigentlich da auf dem Boden? Guck mal. Also, ich hab nur gesehen, wie Gnu auf den Vent springt und dann Vlesk auf einmal tot ist. Als ob Chloe ihn nochmal töten würde. Okay. Ich. Also, Vlesk springt in den Vent vor uns allen und wir haben den Vent zu dritt gedeckt. Gnu, Terste. Ich war ganz krass da drauf und noch jemand war da. Ich weiß nicht mehr. Terste kommt hinterher. Springt auch in den Vent. Und Vlesk stirbt dann. In den Vent? Nein, der ist raus. Terste ist rein, wieder raus und dann ist Vlesk gestorben. Warum müsste Vlesk jetzt lachen? Wie Terste mich verkaufen will, ne? Das ist echt dumm aus, da. Glaubt ihr mir jetzt diese Story? Ja. In meiner PbV hat Terste, glaube ich, einen Kill gemacht, ne? Ja, ja, sag ich ja. Ich stand auch drunter. Ich stand weit drunter. Ey, Gnu stand auf dem Wind. Ja, das mach ich immer. Aber die hat nicht den Kill gemacht. Ja, du hast dich gepostet. Terste, was bist du für ein Imposter? Oder bist du Jakar? Ich bin der Ninja, der bald rein kommt. Was? Neue Rolle, no joke. Achso, okay. Wenn der vor Leuten tötet, wird der immer unsichtbar eigentlich. Das funktioniert nur. Ja, genau. Ey, ist kein Joke, ne? Der kommt halt echt rein. Der kann sich dann über die Map teleportieren und jemanden killen. Welcher bist du jetzt? Ihr denkt halt, ich mach ein Joke. Ich bin, sag ich dich. Warte, ich muss mich noch mal kurz konzentrieren jetzt. Also, in meinen Augen sah es halt nach Gnu aus, tatsächlich. Und die Story von Burrito klang jetzt nicht so glaubwürdig, muss ich sagen. Finde ich schon. Wir haben es ja alle eigentlich gesehen. Kauf dir mal neue Augen, Terste. Eigentlich hast du ja vier, ne? Aber die Augen sind echt kacke, deswegen. Das ist natürlich doof, dass ich jetzt, äh... Katastrophenrunde, Terste. Au. Dafür kommst du in die Hölle, Terste. Oh. Okay. Aber wenn er gefragt hätte, hätte ich ihm noch ein paar Rollen gesagt. Hättest du mich mal Zia gegessen, dann hättest du mich noch mitgenommen. Also, war er, war er Evil-Gesser, I guess. Ich glaub, ja. Ja, ja. Wie nur drei Leute. Jeff war übrigens safe für die Runde, wollte ich nur gesagt haben. Dafür kommt er in die Hölle. Jetzt lässt du mich auch noch alleine, Mann. Jetzt haben wir noch drei Leute gewartet. Durch den Terste tot wurden die Votes resettet quasi. Toll, jetzt bin ich ganz allein. Wie soll ich denn das schaffen mit so vielen Menschen, die es sich auskennen? Ich muss Dalu, ich muss Dalu holen, sonst gewinne ich die Runde nicht. Wo ist denn Dalu? Dalu, bitte. Dalu. Dalu, bitte, du musst mir helfen. Bitte, Dalu, bitte. Bitte, 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 Dalu. Du darfst nicht reporten. Bitte, bitte, bitte. Dalu, 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 Dalu. Hör auf. Hör auf. Bitte, bitte, Dalu. Wo bist du? Oh, Dalu. 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 Ich möchte dir was sagen. Dalu. Dalu, du bist mein einziges Scheiß. Dalu, bitte. Bitte, Dalu. Du musst mir helfen. Dalu. 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 Dalu, Card. Dalu, bitte. Dalu. 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 Hör mir zu, Jings. Ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe das nicht allein. Dalu. Dalu. Dalu, Dalu, Dalu. Komm, Dalu. Bitte, Dalu. Dalu. Dalu, komm. Dalu, komm. Komm, bitte, Dalu. Komm. Bitte, Hilfe. Dalu, ich möchte mich dir offenbaren. Komm. Dalu. Bitte, Dalu. Bitte, ich schaffe es nicht ohne dich. Dalu, bitte. Bitte, Dalu. Dalu. Hey. Dalu. 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 Mann. Ich brauche da deine Hilfe. Ich pupse einfach nur eine Kiste vor ihm aus, okay? Dalu, bitte. Dalu, bitte. Bitte, Dalu, bitte. Er hat echt keinen Bock auf mich, ne? Ist mir egal. Ich renne mir jetzt hinterher. Ich will, dass er einfach nur mir hilft. Dalu. Dalu, hilf mir. Hilf mir, Dalu. Bitte. Dalu. Mann, der versteckt sich. Ich will, dass du mir einfach nur hilfst. Dalu, du sollst mir einfach nur helfen. Was muss ich denn noch tun, dass du mir... Bitte. Ich könnte dich schon längst umbringen, wenn ich will. Aber ich will nicht. Ich will einfach nur, dass du mir zuhörst, Dalu. Dalu, du warst nie für mich da. Dalu, ich will nicht mit dir joggen. Ich will, dass du mir einfach nur hilfst, Mann. Dalu, bitte. Dalu, bitte. Ey, das ist doch ein Witz jetzt, oder? Es ist doch ein Witz. Ich hab ganz genau gesehen, wer sich bewegt hat. Ich hab auch ganz genau gesehen, wer sich bewegt hat. Dalu nämlich am Pult. Der hat sich bewegt. Das stimmt. Ich wollte zeigen, dass ich nicht Warlock bin. Ja. Es war auch kein Warlock. Da ist jemand in der Menge, hat ein Kehl gemacht. Na, wo war's denn? So eine Krone ist nach vorne gesprungen. Wir standen doch zu viert oder so. Ja, klar. Doch, doch. So eine Krone ist nach ganz vorne gesprungen auf einmal. Vielleicht hab ich mich einfach in dem Moment bewegt, weil ich einfach ganz vorne stehen wollte. Und dann dachte ich so, nee, ich will mich einfach nach hinten hin. Ich hab erst am Fless gedacht und dann hab ich gesehen, oh, Schott, die hat ja auch eine Krone. Das hab ich auch gesehen. Das hab ich auch gesehen. Ich hab gesagt, sie haben seit zwei Runden tot. Das ist auch sehr schwierig. Ja. Also wie gesagt, ich stand da auch mit auf dem Wend, aber ich wollte mich erst vorne hinstellen. Und dann dachte ich so, nee, wenn ich vorne stehe, dann bin ich näher diejenige, die stirbt, wenn da jemand aus dem Wend springt. Und bin sogar noch weggesprungen. Ich dachte eigentlich auch ehrlich gesagt, das wäre ein Warlock hier gewesen. Deswegen bin ich weggelaufen, damit ihr seht, dass ich mich bewege. Wir können ja jetzt einfach jeder einfach einmal den Namen, weil wir waren fast alle da, wir können einfach jetzt jeder einmal den Namen von der Person sagen, die wir denken, dass Winkel gemacht hat. Schottie? Okay. Auf drei. Auf drei. Achso, auf drei. Ja. Auf drei, okay. Eins. Zwei. Zweieinhalb. Zweieinhalb. Achso. Drei. Schottie? Warum denkst du, meine ich, bin der Imposter? Schottie? Ich bin, ja, okay, komm, wir wohnen nochmal. Also, wenn wir jetzt rausnehmen können, ist Dalu, der sich bewegt, ich stand oben, irgendjemand stand noch oben. Ja, wir standen zu viert, wir standen, ich glaube, wir standen zu viert auf dem, wir standen noch zu viert auf dem, wir standen noch zu viert auf dem Wind, oder nicht? Aber ich bin weggelaufen, also, wenn es Wanderfreude macht, das nehmen wir es nicht. Also, Burrito, Gnu, ich, Gnu, Jeff und ich. Und Schottie. Warst du nicht, warst du nicht auch auf dem Wind? Ich war auch auf dem Wind. Ich war auch auf dem Wind. Also, wir waren nur fünf Leute. Gnu, Burrito, Shorty, Baso und ich. Genau. Ich dachte erst, das wäre Gnu gewesen, wenn ihr alle Shorty sagt, dann... Okay, ich will eigentlich nur Dalu ein bisschen ärgern und da rennt die ganze Zeit vor mir weg. Was ist denn los, Dalu? Weil sie deinen Skin mag. Ja. Nee. Dalu, ernsthaft, vertrau mir doch einmal in deinem Leben. Ja, aber dann hintergeh mich auch nicht. Was meinst du? Nicht mich hintergehen. Niemals. Ja, doch. Ich möchte dir was zeigen. Vertrau mir. Davon hab ich aber nächste Räume nicht. Vertrau mir. So, Shorty ist weg. Ist gut, ich hab's nicht getan. Das heißt, ein Kill für mich. Ich möchte ihm nur meine Trickkiste zeigen. Bitte, Dalu, bitte. Dalu, Dalu, komm, bitte. Bitte, bitte, Dalu. Ich möchte was zeigen. Aber nur dir. Nur dir. Das darf keiner. Es rennen alle hinterher. Das geht so nicht, Mann. Komm. Jetzt geht mal alle weg. Ich muss da... Nein, es wollen es alle sehen. Es wollen es alle sehen. Komm, komm, komm. Komm, ich zeig's. Ach, komm. Dann zeig ich's halt nur Sakuri. Ist mir scheißegal. Ich droppe jetzt die Kisse. An. Ich will Dalu die Kiste zeigen. Ich will ihm meine Spielzeugkiste zeigen. Dalu, weißt du dir was? Aus meiner Spielzeugkiste suchen. Was ist denn das hier? Warum fliegt denn die Cam? Nee, oder? Wow. Ich dachte nicht, Shorty, ja. Deswegen standest du die ganze Zeit hier. Dalu, ich wollte dir meine Zauberkiste zeigen, Mann. Ich wollte... Herr Shorty war ja echt nicht der Kilo. Ich dachte... Nein, ich wollte dir meine Zauberkiste zeigen. Ich hab's vom Tisch auch gesehen. Und ich dachte auch, es war Shorty. Wer war das jetzt? Das war wirklich Shorty. Das war nicht ich. Achso. Du bist anscheinend genau in dem Moment, dass du dich bewegt, was... Es war einfach so... Ja, okay. Als Jeff meinte... Ich hab genau gesehen, was war das. Ich hab mich schon so... Och nee, Alter. Komm schon. No. Ja? Why? Was hab ich denn getan? Mich getötet als erstes sofort. Achso. Es tut mir leid, das weiß ich gar nicht mehr. Sorry. Ey, Burrito macht nichts zu sein. Ich töte alles, was am Anfang in den Weg kommt. Ja, ich... Ich dachte mir so, geil, dann kann ich mich die ganze Zeit im Vendt verstecken. Überlebt mal eine Runde. Und dann schießt mich Terste in einem Vendt, auf dem fünf Leute stehen, aus dem Vendt raus. Ja, Terste, du Schwein. Du wolltest mich verkaufen. Terste, das ist unverzeihlich. Ach, komm. Unverzeihlich. Ach, Mensch. Ich war halt so überzeugt, dass Dalu sich in Vles gemorpht hat, weil Dalu geht so in Security rein. Die Camps gehen an. Ich geh in Security rein. Vles steht an den Camps und wendet vor mir. Und ich so, okay, was? So, du dachtest wirklich, ich war so... Ich dachte, du hättest dich einfach in Vles geworfen. Das mit dem pinken Anzug im Vendt. Ich hätte es gar nicht gerafft. Ich dachte so, als ob du jetzt einfach so von der Camp so weggehst. Und ich dachte so, wo ist Dalu hin? What the fuck? Ich war sehr verwirrt. Was meinst du? Ich wollte mich bedanken, dass ich dabei sein durfte. Ey, genug drauf fürs Mitspielen. Ja, das ist voll lieb, dass du mal fragst. Das freut mich wirklich. Danke euch, habt einen schönen Sonntag noch. Du auch. Eben, das war's auch. Tschüss. Bye. Das war's auch. Das war's auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.